Neu im Programm der Micro Grub Tail. Der Micro Grub Tail hat eine Länge von 4 cm und ist ausgestattet mit einem Zwisterschwanz, welcher auch schon bei langsamen Geschwindigkeiten ein führerisches Laufverhalten aufweist. Der Micro Grub Tail eignet sich besonders zum Dropshot Fischen oder für die Ultraleichtfischerei. Hauptfischarten sind der Döbel, Barsch oder Forelle, aber auch der Zander ist diesem Köder nicht abgeneigt. Der Micro Grub Tail ist verfügbar in den sieben bekannten Farben. Hier zum Beispiel der Hot Tiger, der Hot Olive oder der Fire Tiger. Ab sofort verfügbar in deinem Foxwage Pro Shop. Wollt ihr mehr Videos von Foxwage sehen, dann klickt den Link hier. Und um immer auf dem Laufenden zu bleiben, abonniert doch einfach unseren Kanal mit dem Link hier.